Auf meinem Kanal und zwar zeig ich euch heute den neuen Shop Ja Jungs Bin schon echt gespannt was für ein Skin in den Shop kommt Ja ich hab schon so ne Vorahnung aber ich werde jetzt mal nichts sagen Wenn er dann da ist sag ich, ich hab's vorausgesagt Aber schon Ich bin schon echt gespannt, dass schon kommt in 5 4 3 2 1 Und Go Und Es ist Der Panda Oh mein Gott Bambus Oh mein Gott Digga Ey der ist schon geil Oh mein Gott ich überleg mal ob ich mir den holen Jungs Der ist schon richtig fresh alter mit Bambus da am Rücken Oh lol Sushi Meister Den finde ich nicht so geil, dass der alten ein Tryhard Skin sein Dann auch hier die Filet Hacke Die ist okay Ein Hängegleiter und fliegender Fischhaken Würde ich mir nicht tun, das ist einfach ein Hängegleiter Dann die 10 Battle Pass Stufen Dann die 10 Battle Pass Stufen Nacht Kommando Absolute Tryhard Skin finde ich auch relativ geil Turmspezialistin Keine Ahnung Alter die siehst du gefühlt nie ist halt ein No Skin Ich würd den halt echt sogar spielen, der ist irgendwie voll geil Wahre Liebe Die Drachen Axt Richtig geile Schmitzsacke Dein wahres Herz Keine Ahnung Keine Ahnung Wie mir feiert das Ganze Aber Ja Wie mir gefällt, der soll ihn sich holen Panda Beauftragte, absolut geiler Skin Hol ich mir vielleicht Aber Wahrscheinlich nichts Jungs Ich kann jetzt erstmal nichts aufladen Das ist mein Spindemoment Das ist mein Spindemoment Das ist mein Spindemoment Das ist mein Spindemoment Ciao